Die Bauinformatik ist eine Querschnittsdisziplin zwischen der Informatik und dem Bauingenieurwesen. Sie behandelt die Anwendung von Kommunikations- und Informationstechnik sowie Modelle und Methoden zur Beschreibung der ablaufenden Prozesse des Bauwesens. Die Erstellung entsprechender Bausoftware stellt dabei nur einen von vielen Aspekten dar. Die Geburtsstunde der Bauinformatik war der Bau des ersten Computers Z3 durch den Bauingenieur Konrad Zuse zur Erleichterung der aufwendigen statischen Berechnung. Vermutlich deswegen sieht sich die Bauinformatik auch heute noch häufig nahe der Baustatik. Der von namhaften Professoren des Fachgebiets Bauinformatik gegründete Arbeitskreis Bauinformatik hat sich zum Ziel gesetzt, die gemeinsame Gestaltung und Vertretung der Bauinformatik an den Universitäten im deutschsprachigen Raum zu koordinieren. Veranstaltungen Das Forum Bauinformatik ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung von Professoren der Bauinformatik für Wissenschaftler und Studenten. Sie hörten den Artikel Bauinformatik, gesprochen am 30. Mai von Marc Kohaupt mit dem Benutzernamen Debuglevel. Der Artikel findet sich unter www.de.wikipedia.org-wiki-bauinformatik. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Like 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden. Die Lizenzbestimmungen Die Lizenzbestimmungen